Osnittich Köln Scheiße ab Hasso aus Hasso es zu meiner Summe alles kann ich was so ist das Haus von Loh genau das war gar kein Hass und mehr dass er verschwunden sein mit ihm aus Sagen wir, ich und Niklas haben damit nichts zu tun Ich habe damit nichts zu tun Ach, Niklas, du Ich habe damit nichts zu tun Ja, du, natürlich nicht Du bist ja nie bei so welchen Sachen dabei Nee Okay Hey, Cocoa-Beans Cocoa Ja, die habe ich da reingetan Naja Warum ist mein Winter voll? Ich labere mich doch nicht voll Na, du Muschi, willst du wieder explodieren oder was? Ja, Villa Hat er auch geschafft Ja, ist voll der Gangster Aber warum werden das ja eigentlich immer so fette Bäume jetzt, Alter Ist voll hässlich Genau neben unserem Haus Oh ja, hier Richtig das dicke Teil Hasano ist tot Echt? Nö Oh, ich dachte gerade schon Für einen kurzen Moment hat mein Herz ausgesetzt Weil ich dachte, das ist mein virtueller Minecraft und Todes Naja Hat er das doch echt gesagt? Ich glaub's nicht Kann ich den dicken Baum da abbauen? Dicken? Was? Oh mein Gott Den dicken Baum hier Ja, kannst du Autsch Jetzt hab ich natürlich hier keine Schere, um mich hier durch zu wurscheln Wurscheln? Das sag ich ja auch immer Erst mit ganzem Mann Können wir mal irgendwie eine Schere zuwerfen oder so? Grün? Wie kann man sowas denn nennen? Gartenartikel nenne ich das Und dein Niklas kommt geflogen Oh, wer ist der King und hat alle Truen aufgefüllt? Dankeschön Guten Morgen Ach man, zwei Eisen Oder, haben wir ne Schere? Erkan, hast du ne Schere? Ja Wo bist du? Meine Schere ist kaputt Oh Baue ich mir eben schnell ne? Hallo Hallo, hallo Das ist ja scheiße Eine Schere Äh, geht jetzt wieder nach oben Du sitzt her Du 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 Wo ist der voll Chillisch hier oben, ey Na, nein Jetzt über die Rund Ah Adventure Challenge ist nichts für dich, na Alter ich hab Was wollte du, wenn ich runtergefallen bist Guten Morgen Na Moin Leute Das ist ein Endermann Soll ich ihn mal angucken? Pfff, angeschaut! Er hat mich nicht gefehlt, hast du? Ah, er kommt! Kommt er? Ja, ich hab Angst, wo ist er? Er ist weg! Ich chill mich kurz aufs Terrassendach. Achso, wollt ihr hier nicht noch weiter bauen? Na, ich weiß, wo er ist, Jan. Wo denn? Oh, er klaut Gras! Soll ich ihn mal killen? Ich will Enderperle. Ah ne, hier sind noch zwei andere Enderman. Ah, ich bin tot! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Bist du tot oder sagst du das nur? Ich bin drinnen. Können die auch durch Wände kacken? Ja. Durch Wände kacken, das ist verboten, glaube ich. Ich brauche ein Schwert. Ah, da ist noch eins gut. Abba. 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 Mh, Arschloch. Man, die Scheren gehen ja aber ziemlich schnell kaputt. Hauke, was machst du da? In den Truhen ist nix drinne. Nur da, wo ich schon was reingeschrieben habe, ist Tag. Ja, schön. La, 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 la. Erst weg, erst weg, ich habe Angst. Ich chill mich einfach in die Ecke, von hinten kann er ja nicht kommen. So, was gibt's denn schon für Truhen? Egal, ja, da muss dann Eisen rein. Wo ist er? Da drüben. Ich guck ihn an. Ich finde, hier kommt Holz. Ah ne, hier ist ja dies, das schon. Masano, ich guck dich an. Komm her. Ah, von hinten. Das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Er ist tot. Nein, das ist doch nicht. Er ist tot. Ah, mein Schwert ist kaputt. Guck mal, hier ist ja Koppel. Machen wir hier dann Clean Stone und da Holz. Oder so. Oder lass mal hier Holz und hier Clean Stone. Komm her, du bist Geburt. Äh, 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 äh. Hier einfach. Kann das denn jetzt ein Schwert erklauen oder so? Mach mal. Ey, Mann, der schiebt meinen Schelf Wert immer zurück ins Inventar. Jetzt nicht mehr. Wo ist er? Wo ist er? Oh, der ist hier im Keller. Echt? Ich hau ihn kaputt, Alter. Oh nein. Komm noch auf den Meter. Oh nein. Komm noch auf den Meter. Ah, meine. Ja. Oh, ihr Wichser, Mann. Ich hab ihn geschlagen. Ich hab ihn die ganze Zeit geschlagen. Hey, du Sack. Die kommt aber hier bei den Dies-Das rein. Ja, der hat hier übrigens einen Erdblock reingestellt ins Haus. Ach, Dies-Das. Ja, da kommt halt diese komische Sache rein. Wo bin ich? So, ich geh jetzt noch mehr in der Männer. Hier draußen sind noch ein paar. Oder ich... Der ein. Eben und jetzt zwei. Da hinten sind noch zwei. Spinne. Creeper. Spinne. Creeper. Ab ins Wasser. Ey! Da waren zwei Creeper. Das ist unfair. Komm ins Wasser. Hopp. Hopp, Sigi, komm rein. Sigi, komm hopp. Sigi. Und explodieren Sie. Oh nö, jetzt regnet das wieder. Sigi, hopp, explodieren. Geht doch. Oh ja, Endermen können keinen Regen ab. Oder was allgemein. Mhm. Einer flitzt hier grad auf die Gegend. Wo denn? Bei den Bäumen war da eben... Flitz. Kommt Kohle beim Mineral-Generall? Nein. Ich würde das immer direkt in die Ofen werfen, oder? In die Öfen. Achso. Hier machen wir so eine große Ofenwand. Ja. Oh, Creeper, verpisst euch. Bitte. Oh, Loch. Da kommt Holz, da, Holzkram. Da kommt Tier. Welches Level seid ihr? Stein und da Stein... Ne, das Koppel. Welches Level seid ihr? Achso. 26? Ne, 20. 25, 24. Ehm... Also, die Monsterbäume sind echt kacke. Ne, die Monsterbäume sind echt kacke! Ja. Ah, hier ist der Stamm. Wo kommt Clay und sowas rein? Ähm, ich mach mir eine Extraküste, glaub ich. Oder? Oder bei Stein Sachen. Moin Eike, was geht ab? Hauke, mach mal stumm. Hauke? 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 Würde hat zusammengeschlagen. Koppel? Ich hab kein Koppel, oder? Sag mal, wo Clay reinkommt. Mach mal hier unten rein, einfach. Alles klar. Was, hast du Eisen? Äh, Quatsch. Ach, ne. Hä? Nee, guck mal, du hast bei mir so eine braune Hose an und so ein, weil ich die Skins von euch nicht sehen kann, die, ähm, das Oberteil so ein Türkis ist. Ah, so. Du wirst grad beschossen und das ist dir egal? Hauke ist irgendwie da? Hauke ist, glaub ich, grad nicht da. Ach, hallo, 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 hallo. Ich hab gesprochen, obwohl ich gemutet war. Ja, das war eben mein cooler Bruder. Gut. Gut hab ich auch noch. Was haben wir noch? Koppel, koppel, Stein Sachen, Stein Sachen? Warum regelt das ja eigentlich so ein Knochen? Stein Sachen, hab ich auch was. Was gibt denn noch so? Blätter. Hier ist ein Creeper, ne, Wurzel. Es gibt schon Gartner-Tikel. Kommen da Blätter rein? Ja. Hallo, was mach ich mit dem Creeper hier aus? Warte, ich lock ihn raus. Hat er mich gesehen? Oh, fuck. Jan, geh hin. Der Destro, kommt doch jetzt hier runter, oder nicht? Ich weiß es nicht. Was ist denn das noch? Wieso steckt da ein Pfeil? Ah! Lock ihn hier ganz in die Mitte. Lock ihn in die Mitte, sonst gehen die Truhen kaputt. Dann hauen wir ihn. Nein. Haha, zwei Blöcke. Und einer hat es sogar noch dabei, so. Ist denn überhaupt reingekommen? Hat jemand... Okay, wo sind denn Truhen? Hier ist Cobble. Cobble, Stein Sachen, Dirt und Cobble. Was gibt's denn noch so an Materialien? Was war jetzt die Räume ein-Teil? Holz-Kram. Wieso ist denn Birkenholz bei Holz-Kram? Ups, ja, keine Ahnung. Sind ja hier wohl bei Holz. So Edelmetalle, was mit Gold, Silber, Redstone und ja, Pilar Luzzi. Ach so, hier bei Mineralien. Dies und das und Gartenartikel. Ja, der macht doch ein bisschen mehr so. Also ein bisschen mehr Truhen so. Von wegen, nicht nur Gartenartikel, sondern Blätter. Und also, wir haben so viele Truhen. Ja, das sind viel zu viele Truhen dann. Ja, aber wir haben ja so viele Truhen. Mineralien. Gartenartikel. Hapa, Hapa. Gartenartikel sind auch Samen, oder? Und Zuckerrohre. Aber dieses Ganze, aber nicht Apple, das ist Hapa, Hapa. Deine Sachen. Okay. Ich finde, Mineralien. Ja, ich finde, Mineralien. Ja. Ja.